hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play adventure maps und ich habe das hier gerade provisorisch gebaut natürlich wieder mit dem philip ich will mir nicht das wort aus dem mund und ich habe es provisorisch nachgebaut wahrscheinlich ist es jetzt sogar leichter aber das ist egal da steht mir lohnt ach du scheiße wahrscheinlich haben jetzt den block nicht gesehen hier war bestimmt roter wolle blocken grün hätten wir da nicht so gut verstecken können also hier ist ein button hey wieso konnte ich nicht schlagen das war recht unfair tja leute sieht so aus als ob wir in die tempel sind ich glaube hier ist eine neue passage das heißt für mich ich krieg meine arrows richtig geil richtig geil richtig tobi war noch mal das command geht jetzt raus ich habe drei arrows und ihr nicht die loser also ich bin jetzt hier quasi im lava tempel ach ich darf ja gar nicht weiterspielen ich war natürlich auf euch ich bin ja so lieb also wo bist du wo seid ihr leute bei diesem sand und obsidian ok ja dann weiß ich wo ihr nicht seid naja stellt es einfach mal hier ab dem block kann man hier noch so ein schicken jump machen so beim sand und obsidian also leute also das ist ja wohl ganz einfach die passate wo bist du tobi er ich bin nicht noch nicht beim sand und obsidian ich fälle in den letzten schluss schluss schlöse durch das ist mit dir ich bin da wo solche die auf den button muss ich dir wieder direkt vorstellten ob ich ein schöner so ein freindes heißt er hat noch kurz auf den äh gewissen herren Prozent und dann geht sie los ne was so stimmt ja ich habe ja das geschafft also weil so ist auch das mit dem gesandten zahlen hat die die bluse das von point okay also warten jetzt noch offen tobi und dann geht zwei jahre schau also die regel mit dem warten nicht bestimmt bescheuert oder tobi das haben wir schon weitergehen so schon weitergehen oder sollen wir auf den langsamen tobias warten kenne ja tut mir leid ich dachte hat mein spot von jahr als sicher zu erwarten oder weitergehen ja jetzt bin ich gerade auch weil es scheinbar war alter was ich das nicht oder soll mir weitergehen ja ja das ist jetzt hehehehe also ne und und hehehe oh erst mal gleich hier abgestorben abgestorben genau wie alle anderen auch egal Jo boobu hat den ersten jump gepackt ja den ersten jump habe ich schon gepackt aber also ich war schon jung das dauert so ewig man ja ich darf ja weil ich komm ja angemessene sprache würde ich mal sagen ich habe ich zwei dort im inventar was ich ganz ehrlich gestehen so friends oh shit ich muss ja weitergehen habe ja nicht alle zeit der welt bin mal wieder tot oh man diese diese erfüllung der jump ist schon mal schwer hier gleich mehr zu beginnen alter was ist denn das hier für ein jump da muss ich ja alle meine kraft zusammen nehmen was ist das was ich mit dir ja versuch du es halt wenn du meinst wenn er es jetzt auf anhieb geschafft hätte ich gelacht nee hat aber nicht was ich konnte wieder nicht rennen es ist so nötig nee der jump ist unnötig ja wer macht jetzt das ist es ist das was ist das dekrepiert noch eher ja gut dann hören wir halt einfach mal in der mitte auf zu rennen dege hä hä hey will ich mich vielleicht mal von hinten punchen mada ist sind ja weil er doch betrug kommt an sich mal von hinten ja warte warte jetzt bin ich gleich da ja versuch's doch mal komm versuch's tobi war hm 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 so hey hast du so ein stein oder was ja da waren zwei dort da musst du was geschenkt hey ich habe es gerade geschafft scheiße und dann bin ich zur rüber weggesprungen also das ist möglich geh mal weg geh mal weg oder spring mir egal man ich hasse es wenn du es nicht reagiert ist zu beschissen ach ich habe es auch gerade geschafft nein oh ich auch cool ja du bist auch gestorben ja ich sterben hier alle oh mein god dass er das fast realisiert da plötzlich jemand vor mir stand ja das ist echt beschissen ne da hab ich einfach aufgehört zu rennen dann bin ich voll krass ja das ist ganz knapp ganz knappe Hose du also weiter das ist der Versager hab's geschafft haha so einen einfachen Jumpfälsch dann oder was ich bin verarschen ich setz nicht ohne Grund ich hab den auch gewählt den zweiten weil du einfach zu spät abspringst dann aus Gewohnheit weil du da ja so ewig spät abspringen musst sag man dann so ne Versager versagt man dann so ne ok einmal kurz Spawnpoint setzen friends nein versagt du ja auch ja das meinte ich ja eigentlich oder sagst du jetzt ich wow so was ich meinte natürlich den japanischen Nationalspieler hab mir schon gedacht dass wir Leiters sein müssen es gibt wirklich einen der heißt Juan Son boah Digger wie komm ich denn da hoch ja wie komm da ja wie komm da doch das wird echt mal wieder Zeit für Galactic Drops oh mein Gott oh perfekter Soundtrack für diese Jumpmap hier also ich muss dich beeilen sonst wird der mich hier noch überhudeln ja wie komm ich denn da hoch jetzt wir fällt gerade auf wir haben heute schon drei Folgen aufgenommen oh sind wir gut man ah da an der Seite nein kennt ihr das wenn ihr da an der Kante steht kennt ihr das wenn ihr scheiße seid Tobias kennt das nur allzu gut ja wenn du da an die Kante snickst ja kenn ich auch wirklich allzu gut haha doch also hört es euch zu nein da kommt wieder der hässliche Jump genau der gleiche jawohl und Madrys kann sein Spawnpoint da die ganze Zeit setzen scheiße ich glaube wir nehmen Madrys ist langsam zu gut die nehmen die Regel raus ne das ja komm mach Madrys haben wir nein 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 das haben wir wir haben die Regel gemeinsam beschlossen das hätten wir vorher wissen sollen dass Madrys der Pro wird oder was nein scheiße ach da ist der asoziale Leiter Jump ja jetzt hab ich auch noch das ist ja nicht asozial das ist auch egal was soll das gerade ich kann dich runterschlagen es geht einfach nicht und es leckt einfach so extrem dass ich das nicht kann was was kann ich nicht ich konnte ihn gerade nicht runterschlagen wir waren gerade zusammen standen hier direkt nebeneinander ja du kannst es irgendwie ich weiß auch nicht warum aber wir können uns gegenseitig nicht runterschlagen ja so Slash Game Mode und so was für Slash Game Mode guck das ist selects irgendwie voll ich kann dich auch nicht runterschlagen ja wie bestimmt ihr habt denn 4 oh bin ich ein Sherlock alter Mann das ist unfair dass er seine scheiß Spawnpoints setzen kann ich will auch so ne Fähigkeit haben ich will auch so ne Fähigkeit haben viel besser als Superman Superman man ich kann mit Minecraft ein Spawnpoint setzen ja ich bin so gut ok weiter gehts friends achja ich bin jetzt irgendwie voll gewohnt nichts in die Hand zu nehmen so aus Counter Strike wo man immer das Messer in der Hand haben muss das Messer in der Hand haben muss das Messer in der Hand haben muss ja sonst du kannst nur mit dem Messer in der Hand rennen mit jeder Waffe bis lang nein ach das ist wieder so ne asoziale Scheiße ja ich kann es euch versprechen da kommt nichts schönes jetzt oh es ist unglaublich guck dir mal wie hoch die Map noch ist also denkst du wir spielen die irgendwann mal noch durch klar wir spielen die durch Leute wenn dann spielen wir sie durch die sind gar nicht mal beim Sandstein ja Dirtstein, Sandstein was ist denn das nächste wäre wahrscheinlich Eisen was soll wie soll das gehen unser Jump-Count ist 150 oder? weißt du schluss boi unser Jump-Count ist 150 ich kenne das immer von YouTubern von anderen wenn die immer dann so oft und so hart failen dass sie sich dann einfach irgendwann in Creative Mode geben und dann jedes Mal in sie runterfallen einfach wieder weiter auf dem Blog machen so wie Philipp eigentlich im Prinzip eigentlich können wir ihm auch Creative Mode geben ja ne das ist doch gay ja wir machen doch genau dasselbe ja das ist mir doch scheißegal was der macht auf jeden Fall so ein Loser braucht er nicht sein ja ist zwar schon ein Loser aber so extrem also ne bitte ja nein bitte benichten sie nein oh ich hasse es mein Witz wo bist du denn überhaupt Tobi Queen Yobi ich immer noch da auf dem Leiter Jump echt oh man ja den Leiter Jump schaffe ich dann aber weißt du wenn du nach hinten stehst boah bin ich ein Versager servus scheiße nein jetzt sind wir mal wieder alle drei hintereinander gestorben eigentlich ist die Folge schon wieder rum ne eigentlich ist die Folge schon wieder rum ne ja komm die Passage hier machen wir noch nein scheiße wir failen hier die ganze Zeit seine Regel zahlt sich natürlich aus hier von von äh aber seine Storik ist gesunken er muss einfach bloß ein bisschen üben ja der ist wirklich langsam wird er hier mutierte zum Pro wahrscheinlich in 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 drei wenn wir drei Farben hier geschafft man wenn wir irgendwie drei Farben geschafft haben wird er wahrscheinlich seine Regel verlieren weil ich mein Tobias oder wir machen es wirklich dass der letzte irgendwie die Regel dann bekommt das können wir auch machen ach endlich mal doch nein nein das ist echt beschissen wie ist das nochmal mit Shift kann man irgendwie seine Höhe halten auf Gleitern oder ja ich pack's nicht warum denn oh mein der Witz alter der Witz der Witz ja und jetzt leckt's noch so kurz dass ich da nicht rennen kann wieder das ist alter oh 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 jawoll Solution ist denn was wie ist denn der Jump zu machen ach ok das ist so ein asozialer ja ok das war schon nein 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 fell from a high place ja mach mal einfach ne ganz neueste etwas längere Folge dieses Mal 20 Minuten oder was weiß ich was nein komm komm das ist ja gut wir können auch von dem Moment hier weiter zocken aber das aaaaaaah Knarrr boah bin ich ein Versager Versager ich hab versagt ich schaff diesen Leiterjump einfach nicht ohne Witz das belastet mich gerade so ich könnte ja kurz mit dem Fahrrad zu dir fahren und dann kurz den Leiterjump machen das muss ich auch nicht schaffen das muss ich auch mal jetzt ein Leben kaufen also ihr seid da weiß man guck ich bin immer noch dahin oh man Tobi ist wohl nicht leichter ne das weiß ich schon aber doch ich finde so weite Jumps leichter als so Leiterjumps und so Drapdoorjumps das mag ich nicht aha aha schön voraus Sherlock das ist doch mal scheiße also wollen wir nicht die Folge irgendwie beenden hast du gesagt ja also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder tschüss und bis dann tschau